Ich sitze jetzt hier auf meinem schönen Balkon, genieße das herrliche Wetter und meinen leckeren Obstsalat und erfreue mich an meiner Katze. Nebenbei erhole ich mich noch von den Strapazen meines Sturzes auf dem Balkon. Mir geht es aber schon recht gut, die Schmerzen sind erträglich und die Farben verblassen so allmählich. Das dauert halt noch ein bisschen. Mit Schuhen einziehen ist es noch schwierig, aber das wird. Ich grüße euch. Philippe 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 Vielen Dank.